Der Naturpark Arnsberger Wald ist ein 482 Quadratkilometer großer Naturpark im Hochsauerlandkreis und Kreisost im Regierungsbezirk Arnsberg, Nordrhein-Westfalen. Der Naturpark umfasst in der Hauptsache die bis 581,5 Meter Ü. NHN Hohn, größtenteils bewaldeten Mittelgebirgslandschaften des Nordsauerländer Oberlandes im Winkel zwischen Ruhr und Mühne. Neben dem Arnsberger Wald sind dieses das Warsteiner Hügelend, der Plackwald sowie die links der Mühne gelegenen Teile von Obermühne und Alme Wald. Der 1961 gegründete Naturpark ist wegen seiner Holzwirtschaft und guten Erholungsmöglichkeiten ein bedeutender regionaler Wirtschaftsfaktor. Der westliche Arnsberger Wald war früher Teil des größeren Lührwalds der im Besitz der Grafen von Arnsberg und später der Kurfürsten von Köln war. Geografie Lage Der Naturpark Arnsberger Wald liegt zwischen der Mühne an der sich der Mühnesee befindet, im Norden und der recht tief eingeschnittenen Ruhr im Süden. Zwischen diesen beiden Flustälern erstreckt sich der Park zwischen den Gemeinden Arnsberg im Südwesten, Mühnesee im Nordwesten, Rüthen im Nordosten, Brilon im Osten, Ohlsberg im Südosten, Meschede und Bestwick im Süden. Innerhalb des Naturparkgebiets liegt Warstein. Im Norden stößt das weitläufige Waldgebiet an den Haarstrang, im Osten an die Briloner Höhen, im Süden an das Rothaargebirge. Im Südwesten geht es in das Sauerländische Lennegebirge über und im Westen fällt das Gelände in Richtung Dortmund allmählich zum Ruhrgebiet ab. Gewässer Das bekannteste Stillgewässer im Naturpark Arnsberger Wald ist der Mühnesee, der sich im Mühnetal zwischen dem Haarstrang im Norden und dem Arnsberger Wald im Süden ausbreitet. Zahlreiche Fließgewässer durchziehen die bewaldete Landschaft. Dazu gehören insbesondere Ruhr und Mühne, die das Waldgebiet eingrenzen, aber auch weitere im Naturpark entspringenden Mühne- und Ruhrzuflüsse. Ruhr-Mühne-Biber-Glenne-Lörmeke-Hewe-Westerlanger-Bach-Wiederibach-Wanne-Berge Die höchsten Berge und Berggruppen des Naturparks Arnsberger Wald liegen im Plackwald an der Wasserscheide zwischen Ruhr und Mühne. Viele der höchsten Gipfel dieses Kammes auf der die historische Handelsstraße Plackweg verlief sind namenlos bzw. weithin unbekannt. Zu den Bergenerhebungen, Beerspornen und anderen markanten, hochgelegenen Stellen des Naturparks gehören, sortiert nach Höhe in Meter über Normalhöhe 0. Plackweghöhe Nord-Nord-Östlich von Eversberg mit Löhmecke-Turm, namenlose Kuppe, nord-nord-östlich von Anfeld, namenlose Kuppe, süd-süd-östlich vom Fernmeldeturm Meschede, war Steinerkopf, nord-nord-östlich von Eversberg, Gemeinheitskopf, nord-nord-westlich von Vöckinghausen. Namenlose Kuppe, nord-westlich vom Fernmeldeturm Meschede, Nielkopf, nördlich von Eversberg, Quellbereich des Widerbachs, Erberg, nördlich von Anfeld, Wiematt, nördlich von Vöckinghausen, Ensterknick, Flurstück, Wohnplatz nördlich von Meschede, Galiläa, Nuttlarer Höhe, nördlich von Nuttlar, Stimmstamm, Passhöhe an B55, nördlich von Meschede, Sengenberg, östlich von Vöckinghausen. Leverhagen, nördlich von Eversberg, Moosberg, nördlich von Meschede, Wossstein, südöstlich Grimlinghausen bzw. nördlich Anfeld, Hornscheid, nördlich von Eversberg, Wossstein, südöstlich Gräberhagen, nördlich von Meschede, Wossstein, südöstlich Brandenberg, nördlich vom Fernmeldeturm Meschede, Heimberg, nord-westlich von Bestwick, Neuerberg, südwestlich von Hirschberg, Venemerhöhe, nördlich von Venemen, Kopf, nordöstlich von Eversberg, Blumenkopf, südwestlich von Warstein, nahe der B55, Blumenkopf, südwestlich von Warstein, nahe der B55, Surenberg, nördlich von Nuttla, Kahlenbergsköpfe, westlich von Warstein, Großer Berg, nördlich von Freinol, Kahlenbergsköpfe, westlich von Warstein, Meidenberg, südöstlich von Hirschberg, Kleiner Fahrenberg, nördlich von Scharfenberg, Großer Fahrenberg, nord-nordwestlich von Scharfenberg, Kahlenbergsköpfe, westlich von Warstein, Küppel, nordöstlich von Freinol, mit Küppelturm, Wolfskopf, östlich von Enste, Lemberg, nördlich von Arnsberg, Namenlose Kuppe, nördlich von Der Lecke, mit Der Lecker Bismarckturm, Ortschaften, im oder am Rand des Naturparks Arnsberger Wald befinden sich mit ihren zahlreichen Ortsteilen diese Gemeinden bzw. Städte. Geschichte Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs kam es im März 1945 zum Massaker im Arnsberger Wald, bei dem über 200 schuldlose ZwangsarbeiterInnen von einer Gruppe aus Waffen-SS und Wehrmacht getötet wurden. Der Hauptverantwortliche beging noch 1945 Selbstmord. Erst 1955 wurde, nach einer anonymen Anzeige, gerichtlich ermittelt, 1958 erfolgten zwei milde Gerichtsurteile, höchstens fünf Jahre Gefängnis. Diese Strafen wurden später durch Revision hinaufgesetzt. Tourismus Sehenswertes Die im Naturpark Arnsberger Wald südwestlich warsteinsliegende Bildsteinhöhle lockt viele Touristen an. Auch die Höhle Hohlerstein südwestlich Rückenkallenharz ist sehens- und besuchenswert. Dies gilt auch für die Aussichtstürme Lörmeke-Turm-Küppelturm und Der Lecker Bismarckturm. Wandern viele Wanderwege erschließen den Naturpark Arnsberger Wald und dessen Berge und Täler. Die bekanntesten sind der Ablendweg, der in Nord-Süd-Richtung von Soest über Körbeke nach Neuhaus-Breitenbruch und Arnsberg verläuft, und der Rennweg, der in Ost-West-Richtung auf der ersten Anhöhe südlich des Möhne-Stausees angelegt wurde und nach Warstein führt. Weitere Wanderwege sind der Plackweg und die Sauerland-Waldroute. Von vielen Parkplätzen, die sich unter anderem an der Südseite des Möhne-Stausees und im Hevetal befinden, kann man Rundwanderungen unternehmen. Etliche Ausflugsgaststätten, beispielsweise am Südrand des Stausees sowie in den im Arnsberger Wald liegenden Dörfern Neuhaus und Breitenbruch gelegen, stehen den Wanderern zu Diensten. Siehe hierzu auch Hauptwanderstrecken des Sauerländischen Gebirgsvereins.